Willkommen zurück bei den Abenteuer von Pissemann und seinem gehäuteten Wolf Puffel. Okay, Puffel ist kurz im Rage-Modus. Ach, dieser Hund. Und da unten ist bestimmt irgendwo der Sebelzahn-Tiger. Ne, aber ein anderer Tiger. Hier, renn mal weg. Renn weg. Renne weg. Na, wegrennen. Nicht zu mir kommen. Hör mal, Puffel. Könntest du dich mal kurz? Danke. Das war kein Seltenes, aber egal. Sind wir fertig hier? Hund! Kann ich den irgendwie rufen? Zurückrufen? Ne, ne? Der ist gerade im Rage-Modus. Puffel! Ich geh einfach... Ich hoffe, er kommt hinterher. Sonst muss ich ihn wieder häuten. Ei, 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 ei. Wir suchen den funkelnden Ort auf und hoffen, dass wir da den Blut von Oros finden. Ich bin mal gespannt. Wie kommen wir denn da hin, da unten durch, durchs Wasser? Hier ist bestimmt Krokodile irgendwo. Ich denke immer, dass hier Krokodile sind. Das ist einfach die schlechte Erfahrung. Hier ist es finster wie die Nacht. Ja. Natürlich. Kannst du ja nassig unter Wasser besser? Ne, doch nicht. Einfach nur... Nochmal drücken, dann wird das auch Blut von Oros-Steine. Aha. Und da ich hier irgendwie... Aua. Kann ich hier einen Takedown machen? Einen ganz heimlichen Takedown? Vergessener Krater. Geile Sache, geile Sache. Geile Sache. Sehr gut. Okay. Wir müssen uns ein bisschen verteidigen hier gegen O... O, nicht O-Rosse. Gegen U-Dams. Ich hoffe, meine Bestie macht keinen Unsinn. Die sind hier irgendwie gerade alarmiert. Warum auch immer. Wahrscheinlich wegen meiner Bestie. Nein, 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 nein. Nicht so schnell, nicht so schnell, nicht so schnell. Ihr seid dumme, dumme Neandertaler. Ruft ja jetzt jemanden, ja, ne? Ich sehe... Ach, hier oben muss ich aufpassen. Sollte aufpassen. Ich hätte auch vielleicht mal meine Brille aufsetzen sollen. Bei so einem Spiel wird es so ein bisschen... Ah, mehr. Ach so, ich habe doch jetzt einen... Stimmt, ich habe jetzt ja so einen Haken. Da ist meine Brille immer von Vorteil manchmal. Aber egal. Krieg hin. Schaffe ich auch ohne Brille. Da haben wir Blutstellen. Oh. Ach, Mann. Blöden Typen. Sehr gut. Einen von vieren. Da mal eine Hand. Die ist wo? Unter Wasser? Tatsächlich. Und sogar ein Stein ist da. Oder? Hätte gerade Falsche sehen. Ne. Hä? Oh, Alter, diese, diese... Oh, schrecklich. Die sind gerade vielfühlt. Aber ich glaube, das sind Tiere, ne? Die damit, äh... Mitmachen. Koffe. Was macht eigentlich meine Bestie? Die steht da oben rum, oder wie? Was ist denn eine blaue da unten? Kannst du mir auch nicht erzählen, dass hier unten alle Steine sein sollen. Mega spannende Musik. Und ich bin nicht mittendrin. Aha, ja. Voll spannend. Ich mach einfach mal weiter. Ich hatte hier noch keiner entdeckt. Also ich fühl mich noch nicht schuldig. Warte, von rechts. Ich seh hier aber keinen von rechts. Ich will hier aber nicht runterfallen. Die sind bestimmt da oben irgendwo. Na? Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Hilfe! Ich bin... Ähm... Ich möchte nicht sagen, aber... Ich stecke hier drin fest, ne? Ich soll mir noch meine Bestie töten... Hallo? Hallo? Nicht schon wieder! Oh, können die mich mal töten? Ich weiß zwar nicht, wo wir dann anfangen. Töte mich mal! Ey! Hallo hier! Hier! Ja, mach mal! Go, go, go! Töte mich! Ich weiß, ich könnte auch neu laden, aber es ist mir gerade einfacher. Ja, ja! Go, go, go! Let's go! Let's... Ja! Nun, tu doch was! Ich kann mich wirklich... Ich kann nichts machen. Ich kann nur vor und zurück und das warte dann aber schon wieder. Ich kann nicht... Alter, diese... Das... Also, ich weiß... Ich weiß wirklich, dass andere Leute viel, viel mehr Probleme mit Far Cry haben. Da sind meine kleinen süßen Bugs wahrscheinlich noch super mega harmlos, dass ich immer stecken bleibe, aber es ist mega ärgerlich. Jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier im finalen Kampf. Ähm... Untersuche den funkelnden Ort. Da oben. Ja, wir sind hier mitten im Kampf. Im... Im Hauptkampf sozusagen. Und dann passiert so ein Scheiß. Das ist richtig mega ärgerlich. Ich glaube, es wurde schon... Eins der Patch wurde schon gefahren. Merkt mich nicht irre. Ja, ich glaube, letztens hat sich, äh... Far Cry geupdatet. Aber ganz ehrlich, mit Swordmastet, oh nicht weg. Scheiße. Das war, äh... Nicht so gut, Annika. Das war überhaupt gar nicht gut. Naja. Dann haben wir so wenigstens weg. Ich wollte gerade sagen, geh doch mal weg hier. Ich sehe nichts. Wo ist er denn? Aua! Ah, der nächste kommt von da. Aua! Ich gebe meinen Pfeil wieder. Danke. Hier ist so ein scheiß Zwielicht. Von da oben? Ja. Aha, ich merke schon, der ist hinter mir. Okay, okay, okay. Kriegen wir alles hin. Ich gehe mal kurz hier runter. Haben wir die Hand? Da haben wir auch nicht. Hat der Nüchte gespeichert? Er kriegt die Macke. Wo war denn jetzt hier? Achso. Nee, das wollte ich gar nicht. Ihr wollt den Stein haben, der hier unten ist. Hier unten ist doch so ein Stein. Da ist er. So, sehr gut. So viel Zeit muss sein. Jetzt gehe nochmal mal schnell mir so ein Blatt holen. Und dann gehe ich hier raus. Und hoffe... Ups. Das... Naa! Was macht meine Bestie auch da oben? Bitte, sagt mir das einer. Was macht Puffel da oben? Ja, kann dir nicht helfen. Kann ich nicht. Ich komme hier nicht hoch. Oder? Ich komme hier nicht hoch. Nee. Und bevor ich hier wieder feststecke, tut mir leid, Puffel. Ich kann dich mit Zauberhand aber wiederbeleben, indem ich einfach auch ins beste Menü gehe. Sei mir nicht böse. Ich habe dich auch schon gehäutet. Dafür kannst du mir wirklich böse sein. Dagegen heiklisch. Ich sollte jetzt aber vielleicht nicht ganz so forsch hier weitermachen. Ja, Mensch, die Räusche. Ein durcheinander mal wieder, ey. Also macht ja Spaß. Ich muss sagen, so ein Chaos ist manchmal amüsanter und besser als so ein strikter roter Fahn. Meine Frage ist, ich kann die alle mal zähmen und dann rufen, ne? Aber mehrere kann man, glaube ich, leider nicht. So, jetzt gehen wir mal nach hier oben. Lucky, lucky machen. Was hier so? Ist doch der Letzter, ne? Ja. All klar. Der Tüftler. Wir sind hier fertig eigentlich. Blut von Oro ist abgeschlossen. Na, Mensch, ging ja. Mensch, da waren wir eigentlich kurz davor, bevor wir da fest... Wo sind wir eigentlich festgebackt? Da drunter? Sind wir da drunter festgebackt? Das ist so ein Scheiß. Ist eine Schnellreise hier? Ist das keine Schnellreise? Hä? Wo soll denn hier bitte die Schnellreise sein? Okay. Kapal-Außenposten? Nee. Hä? Egal. Ähm. Ja, Außenposten. Auf den Außenposten hätte ich wirklich große, große Lust, muss ich sagen. Außenposten einzunehmen. Am besten den da, ne? Weil der ist hier so auf dem Weg, obwohl der auch auf dem Weg wäre. So, jetzt gucke ich hier einfach mal nochmal, ob ich hier irgendwas Schönes finde. Aber anscheinend nicht. Dann würde ich sagen, dass wir noch eine Quest annehmen. Dann haben wir aber wenigstens alle voll hier. Das ist wichtig nicht mal. Das ist ein Bollwerk. Ei, 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 ei. Ähm. Dann haben wir alle voll. Weil hier ist ja der Marker. Und dann gehen wir einfach mal hin. Gucken, was da so abgeht. Wie es unserer Dorfbevölkerung geht und, äh, überhaupt. Ich trinke mal kurz einen Schluck. Entschuldigung. Mhm. Ja, meine Bässe kann mir nicht folgen. Kann ich hier was ausbauen? Was ist denn das hier? Ach, das ist meine... Hast du was an? Du hast was an. Kann ich meine Höhle vielleicht ein bisschen ausbauen? Ach ja, da fehlt die... Da, da. Hm. Das Dachsfell. Das Dachsfell. Und die können noch irgendwas... Handwerk? Die können uns mal angucken, was wir jetzt machen können. Ein Keulengürtel. Trage zwei Keulen. Vier Keulen. Rothundfell. Machen wir einfach mal direkt. Weil wir können's. Und die Argorfell haben wir auch. Machen wir direkt. Ähm. Speere. Wir brauchen Wolfsfell. Den haben wir jetzt so, oder wie? Was ist das hier? Du kannst noch keine Steinsplitter herstellen. Steinplitter, um Gegner zu verletzen. Das haben wir auch noch gar nicht gemacht, ne? Mach ich einfach. Kein gar nichts. So. Noch irgendwas hier. Was Interessantes. Was ich hier herstellen könnte. Wir brauchen noch ganz schön viel Feldzeug und so einen Unsinn. Ich weiß gar nicht. Bei so einen Sachen bin ich mir immer unsicher. Das ist eigentlich doch gar nicht... Also sowas, denke ich mal, könnte ich eigentlich mal offline machen. Aber dann mit euch herstellen zusammen im Part. Jetzt haben wir zwei Punkte. So. Wir haben hier Kampffähigkeiten, um ihn schnell brutal zu töten. Das sind die ganzen Takedowns hier. Eins. Eins, zwei. Was haben wir denn hier? Der Effekt von Nahrungsrezepten wirkt statt 60 Sekunden, jetzt 90 Sekunden. Nahrungsbooster. Ähm. Von Nahrungsrezepten? Was sollen wir das denn sagen? Wartet mal kurz. Ich will mal... Von Nahrungsrezepten. Ist das ein Nahrungsrezept? Oder wie soll ich das verstehen? Wie hält damit... Aber hä, ist doch totaler Quatsch. Wie sollen das länger heilen? Es heilt ja sofort. Oder kriegt man neue Nahrungsrezepte? Das wäre ja mal interessant. Hm. Wir hätten hier nochmal... Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Das ist irgendwie alles so kurios. Erhöhnt seltene Holzstücke. Ähm. Puh. Zwei Fleisch. Esser. Puh. Och nee. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Was ich vielleicht möchte ist... Zu gucken, ob ich irgendjemand hier ein bisschen helfen kann. Und wir müssen ja auch... Zumindestens die Quest von Voga annehmen. Ja, ja. Ich gucke nicht zu dolle, weil... Da gucke ich immer zu viel. Und bitte nicht irgendwo hängenbleiben hier. So, hier oben ist Scylla. Hallo. Mammutau hat... Ah ja. Da war ja was. Mammutau, Daxfell, Wolfsfell, Alitfell. Am besten sollte ich mal hier... Oh Gott, das geht ja gar nicht. Soll ich hier eine Stelle für BH oder irgendwelche anderen Sachen herstellen. So, er braucht natürlich eine Hütte. Das ist schon mal das Erste, was er braucht. Hi, Nadu, ich bin's, der Pissemann. Oh Gott, er sagt wirklich Pissemann. Ja, das ist richtig. Da hat er vollkommen recht. Was braucht er denn? Hammer, Alit. Ja. Ah, okay. Der einarmige Mann hat seine Hütte. Dass die noch alle leben unter diesen Bedingungen. Nee, nee, nee. Coole Sache. Und jetzt können wir natürlich gleich eine neue Quest von ihm annehmen. Was wir natürlich machen vorher. Und wir haben den nächsten Punkt, was auch sehr, sehr geil ist. Vielleicht gefällt mir er jetzt irgendwas. Ich gucke mal. Hier mit der Eule. So, was haben wir denn hier? Sprinte endlos. Stell bei der manuellen Heilung eine Gesundheitsbalken her. Bis zu drei können insgesamt wieder heilen. Manu. Oh, nee. Gib mir doch mal ein Tierwart. Und so. Ach so, ich muss die Grundfähigkeiten um die anderen. Okay, das sind Köder. Und da sind die Keulen. Fallen mehr Kopftreffer mit der Schleuder. Siehst du, die Schleuder. Oh Gott, oh Gott. Ich bin gerade überfordert. Ich rede lieber mit dem Typen. Oh Mann, der Typ. Ja. 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 Oh. 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 Der Typ ist toll. Oh weia. Die machst du Scylla, die hilft dir vielleicht. Ei, ei, ei. Und da hätten wir die nächste Quest. Mission. Der Orus-Gipfel. Da scheinen wir dann was... Das ist ja ganz woanders. Na, das ist ja cool. Ich dachte, das verteilt sich irgendwie alles so ein bisschen wie ein roter Faden nach hier hinten. Tut das gar nicht. Übrigens, das sieht so ordentlich aus, muss ich sagen. So hier in dem Bereich. Und wenn du dann reinzoomst, wird es so unordentlich. Aber ich glaube, so eine Sache hier, das werde ich offline machen. Aber Außenposten erstmal noch nicht. Außenposten machen wir zusammen, aber so eine Sache werde ich offline machen. Ja, na nö. Ach ja, hier ist ja diese scheiß tolle... Natürlich diese ganz tolle Freizeit. Ich würde mal sagen, wenn der hier bei uns in der Nähe ist, dann machen wir das doch gleich, oder nicht? Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich da... Obwohl, jetzt haben wir ja einen Kletterhack. Jetzt sollten wir da eigentlich ziemlich gut hinkommen. Und dann gehen wir da einfach mal hin. Warum denn nicht? Das ist ja... Oh Gott, das kann eine Partie werden. Das sage ich euch. Das kann was werden, weil... Weil... Mit den Klettern auch manchmal und so ist es ein bisschen blöd. Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Trager im Taschenmenü. Ja! Ja! Ja, ja, ja! Ja! Und sofort! Und Tapir haut sofort! Alter Schwede, sehr gut! Was haben wir hier? Ich mache das einfach mal, ne? Weil ich es kann. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na dann. Geht es weiter. Und wir gehen da lang. Wui! Kann ich mir jetzt tatsächlich... Ja. Ne, Speere haben wir noch nicht. Ne, kann man noch nicht freischalten? Ah, okay. Ich würde mal gern wissen. Verdammt. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja freischalten durch irgendeinen Bonus. Frag mich nicht. So viele Boni hier. Schrecklich. Da sieht man schon gar nicht mehr durch. Deswegen nehme ich mal lieber jetzt den... regulär erstandenen. Also hat man doch... Hat man wirklich den Vorteil, wenn man... Nicht gleich... Wann kommt der nicht sofort gleich zu Woga? Von daher. So. Wir nehmen natürlich alle mit, was kreucht und fleucht. Solange es nicht Bär- oder Säbelzahntiger heißt. Wir kaufen unsere Leute zusammen. Hier ist gerade voll schön. Hier ist so ein Teich und wo. So. Na. Ich dachte jetzt schon, bin ich... Uh, da ist ein... Beutesack. Jetzt, wo wir einen Rucksack haben, meine Tasche ist trotzdem voll mit Fleisch. Vielleicht sollte ich mir mal Köder herstellen. Wie viele kann ich mir denn herstellen davon? Acht. Äh, sechs. Acht war jetzt gerade nur die Anzahl wegen dem Fleisch. Na. Hier hoch. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Nicht, dass ich total falsch latsche. Hier scheint irgendwo ein Beuterrucksack zu sein. Den ich gerade noch nicht sehe. Da oben ist er. Oh, ein Schwein. Hi. Aua. Mach mal, Puffel. Ich such dir einen Rucksack da unten. Wie er nur geschrien hat. Da unten ist einer von uns. All klar. Ich nehme mal alles mit, was ich hier kriegen kann. Puffel scheint auch Erfolg gehabt zu haben. Na dann. Ach, hier sind die. Ich finde die voll hübsch. Die Tore. Warten wir, ist das Schwein ja? So zum Beispiel? Ach. So. Da ist schon wieder der Part zu Ende. Was ist denn hier los? Was ist hier los? Dann würde ich sagen, im nächsten Part gehen wir mal. Ist ja auch ein Traum, dass wir mal wirklich was straight durchziehen. Nämlich mit der gleichen Person gleich mal die nächste Quest machen. Aber bietet sich halt an. Halt gerade auch total Lust drauf. Finde den Typen sehr lustig. Wirklich. Und nicht nur, weil er uns Pissemann nennt. Was mich hier dabei zum Lachen bringt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe so ganz kuriosen Humor manchmal. Ja, ja. Mit diesem komischen Humor bin ich schon ganz oft ins Fettnäpfchen getreten. Da könnt ihr Geschichten erzählen. Ai, 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 ai. Look mir. Schwein. Oh. Ja, da könnt ihr Geschichten erzählen. Aber das mache ich dann zu einem anderen Zeitpunkt. Und beende erstmal den Part. Und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Und ich danke euch wirklich viermal fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gleich bald wieder. Bis dann. Tschüss. 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 ín yay Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020